UNTERTITELUNG Violet, Klaus und Sunny waren intelligente Kinder. Fast alles, was ihnen widerfuhr, war erfüllt von Kummer und Pech. Eure Eltern sind in einem schrecklichen Feuer verschieden. Verschieden heißt Tod. Wir wissen, was verschieden heißt. Hallo, hallo, hallo Kinder. Ich bin Graf Olaf, euer neuer Vormund. Wisst ihr, was das ist? Sieht aus wie eine Liste. Falsch! Es ist eine Liste. Sie enthält Hausarbeiten. Ihr wissen, ihr wollt nur an unser Vermögen. Wir müssen weg von diesem üblen Ort. Geht wieder ins Haus. Da seid ihr sicher vor all diesen Ganoven. Ganoven? Wo? Neb und Leerkinder werden vernichtet. Was? Hm? Wenn der Sand durchgelaufen ist, gehört das gewaltige Vermögen mir. Ich wusste nicht, dass der Sand so schnell durchläuft. Ich hab sie online gekauft. Dreht sie doch einfach ein paar Mal um. Eure Eltern und ich, wir entwickelten eigene Geheimcodes. Unsere Eltern entwickelten Geheimcodes? In meiner Bibliothek findet ihr all die Antworten, die ihr braucht. Los, fangen wir an. Irgendwas seltsames geht hier vor sich. Was ist das? Das ist von meinen Eltern. Es sieht aus wie das Tattoo auf Graf Olafs Knöchel. Wirklich? Mein Name ist Käpt'n Talmi. Dieser Mann ist Graf Olaf in Verkleidung. Ich dachte, du wärst klug. Wo immer ihr hingeht, ich werde euch finden. Wieso hasst ihr uns so abgrundieren? Weil es eine wahre Freude ist. Wir brechen zu einer streng geheimen Expedition auf. Was sagt ihr, Baudeliers? Seid ihr dabei? Ich bringe dich hinter Gitter. Viel Glück dabei. Ich bin bewaffnet. Das bin ich auch. Kinderspiel. Wie niedlich. Eine Harpunenkanone? Hast du das Tattoo auf seinem Knöchel gesehen? Er hat sich getarnt und er will uns entführen. Damit kommst du nicht davon. Er ist eine fiese und grausame Person. Er ist ein Dieb und ein Mörder.